Ja, Herr Neid konntest du ja nicht einrichten, der sitzt gerade im Flieger, nach Valencia. Aber irgendeiner muss ja das Geld verdienen. Hier ist eine Supernova jetzt im Netz. Könnte was für dich sein. Ja, Herr Neid. Ja, Herr Neid. Tuning beendet? Ja. Vor anderen Sachen wurden schon gemacht, als die Kamera nicht an war. Die geheimen Sachen. Ich kann erzählen. Ich kann erzählen, um Erik zu schlagen. Zur Gesundheit. Das ist der Geldinvestition. Ich kann das nicht sagen. Das ist der Geld. Ich bin jetzt. Das ist der Geld. Der Geld ist. Das ist der Geld. Yeehaw, it's raining. 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 Yeehaw, it's raining.